Ah, Saskia! Angie! Vor einer Woche haben wir uns bereits über ein paar alte Videos von mir lustig gemacht und ich dachte mir, naja, warum da jetzt aufhören? Und deswegen gibt es heute Part Nummer 2 meiner alten peinlichen Bilder. Wenn du Part 1 noch nicht gesehen hast, schau mal hier oben in die Ecke oder hier in die Zusammenfassung. Warum? Das ist der Phantasialand, glaube ich, oder? Guck doch mal halbwegs anständig. Ich sehe aus wie Bob der Baumeister. Bin ich fett? Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ich damals ein Fan der Teletubbies war. Und wenn dir das jetzt nicht gereicht hat, dann schau dir das Video doch gerne mal an oder noch besser schau es dir hier nachher an, denn dann hast du bestimmt noch Zeit dafür. Springen wir einfach in die Bilder. Ich erwarte schon das Schlimmste, aber mal schauen, was mich so erwartet. What? What the fuck? Oh, da ist schon wieder dieser Bobschnitt. Nein. Ich weiß, das habe ich beim ersten Video schon gesagt. Ich habe andauernd immer so einen Bobschnitt gehabt. Immer so Topf auf und... Angie! Wow! Warte mal, zeige ich dir einen Stinkefinger? Ich glaube, das müsste doch... Warte mal, das hier müsste doch der Zeigefinger sein. Dann ist das denn... In dem Alter schon so eine Klappe. Aber Obama im Hintergrund ist auch schon schockiert. Guck mal, was der da macht. Der guckt da auch schon hin, ne? Was macht der denn da? Zu meiner Angela. Das geht ja gar nicht. Wunderschönes Gesicht. Ich wirke richtig begeistert. Was esse ich denn da? Wahrscheinlich ein Brötchen mit Salami. Das ist für mich eigentlich Standard. Boah, Bruder. Gar kein Bock mehr. Bruder, gar kein Bock mehr. Yo, geil. Ähm, Motto Woche Abitur. Gangster oder Mafioso machen. Problem bei mir ist, ich bin durch und durch Allmann. Blond, blaue Augen. Ich kriege einen Bart, der rötlich wird, wenn er zu lang ist. Ich bin absolut das genaue Gegenteil von einem Mafioso. Und auch da helfen die Klappe. Vor allem so geil, auch so mit den langen Haaren. Boah, Premium. Und ich hatte da unten gerade noch was gesehen. Guck mal hier, guck mal hier noch. Hier, da. Whey-Protein. Mhh. Sieht man ja auch. Der ist auch voll auf Massephase, der Junge. Jake Harper. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich wusste, dass sowas kommt. Wenn du übrigens noch ein paar alte Bilder sehen möchtest, dann schreib es mir gerne in die Kommentare und lass dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Denn dann sehe ich, dass es dir gefallen hat und dann wird es da bestimmt noch mal irgendeinen dritten Part von geben. Wir haben nur genug alte Bilder. Ach du... Ach du Scheiße. Öh. Wie sehe ich denn aus? Da war ich auch vielleicht ein klein wenig dicker. Das T-Shirt habe ich noch. Real Talk, das T-Shirt habe ich noch. Das ist mittlerweile drei bis vier Nummern zu groß. Habe ich so zwischenzeitlich für den Sport genutzt. Moment, ein Moment mal. Jo, tatsächlich. So. Ja, tatsächlich. Das Oberteil besitze ich tatsächlich heute noch. Okay, aber ich muss sagen, das Bild geht eigentlich ganz klar gleich. Ich habe jetzt mal wieder nicht irgendwie den super Blick drauf, aber das finde ich ist okay. Bob, der Baumeister, können wir das schaffen? Ja, das ist wieder so, weißt du, das ist doch so unfair, ne? Da bist du müde und dann direkt wird direkt ein Bild von dir gemacht. Wie sehe ich denn aus? Also, nein, es ist nicht Dubai, das ist Bremer Hafen. Das Ding ist einfach, meine Haare sehen schon beknackt aus. Das Oberteil ist mir zu klein, würde ich mal behaupten. Die Plauze guckt da nämlich schon raus. Genau das meinte ich nämlich jetzt, ne? Also, äh, ja, das ist wieder das Gleiche. Die Plauze, ne? Also... What the fuck? Was ist das denn? Ja, hallo. Ja, mhm. Oh, cool. Oh, damals noch mit... Oh, den Trainingsanzug habe ich geliebt. Aber das Ding ist, was mir jetzt so auffällt, man muss einfach mal so sagen, Entwicklung ist nicht bei allen positiv. Wenn ich das Bild von... Das jetzt vergleiche von 2.8 mit dem Bild, was wir gerade im Zug gesehen haben, dann sieht man, dass meine Entwicklung nicht dauerhaft immer positiv war. Ich bin Deutschland-Fan, wuhu. Ja. Was ist das auf dem Kopf? Oh, Europapark. Das war das erste Mal, dass wir im Europapark waren und auch wenn es mein Gesicht noch nicht weiß, ich war damals mega happy da zu sein, weil das ist halt so der Freizeitpark in Deutschland. Mein Gesicht denkt sich noch, Bruder, boah, gar kein Bock. Okay, kein kommt da. Das ist es nicht wert. Achso, ja, das war diese Justin Bieber-Phase, wo jeder die Haare so runter hatte. Oh, the fuck. Und übrigens, ja, ich hatte eine Brille. Tatsächlich, ja. Da ist es. Ich wusste, es kommt noch im Bild. Also ich, eins zu eins, eins zu eins. Boah, ich habe ja voll das Mondgesicht. Ma, hallöchen. Na, boah, ich bin wieder trainiert gewesen, ey. Ich bin ja jetzt schon feuerrot. Also, ne, man sieht mein Gesicht. Also, ich sehe jetzt schon, was da, was mir die Nacht blüht. Sonnenbrand und Schmerzen. Ja, also, ne. Ich bin bekanntermaßen Schalke-Fan. Das ist jetzt einfach so. Aber ich hätte jetzt nicht Not getan, so rauszugehen. Aber okay, ne. Hey. Oh. Effekte, Leute. Effekte. By the way, Trikot von Manchester United. Hättet hochgarlich gefälscht für fünf Euro bei irgendeinem türkischen Händler da in der Stadt gekauft. Seht ihr das hier? Das pelzt sich. Warum pelzt sich das? Weil ich mich so per Schisse nochmal verbrannt habe im Gesicht. Also, klar, die Sonne ist vielleicht ein Ticken zu groß für meine kleine Kinderhand. Aber hey. Finde ich eigentlich ganz cool, das Bild. Und das war nämlich hinterher die Konsequenz aus dem, was dann bei mir abgegangen ist. Am ersten Tag dann noch ohne Klamotten und ab dem zweiten Tag Klamotten an. Sonst kann ich nicht schwimmen gehen, ne. Ist ja offensichtlich. Boah, ich sehe schon wieder richtig begeistert aus. Und jetzt mal Real Talk übrigens zu der Brille. Tatsächlich, ich war schon bei dutzenden Ärzten mittlerweile und Fachoptikern und so weiter. Und das ist irgendwie so ein Phänomen für sich. Die einen sagen, ich brauche eine Brille. Die anderen sagen, ich brauche keine. Es ist irgendwie so für mich ein Rätsel. Ich habe jetzt einfach keine. Ich weiß, ich werde später auf jeden Fall eine brauchen. Ich habe auch nie irgendwo in irgendeiner Form Probleme. Ich habe halt jahrelang eine getragen und dann habe ich wieder einen Test gemacht und dann hieß es wieder Nein. Dann habe ich nochmal einen Test gemacht, dann hieß es wieder Ja und dann wieder Nein, dann nochmal Nein. Ja, und auch der Test für die Augen beim Führerschein war auch ohne. Also, ich brauche keine Brille beim Fahren. Das ging auch ohne Probleme. Ich weiß nicht, was das soll. Ich frage mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Geil, Pizza. Also, die Hotdog-Würstchen würde ich jetzt nicht da mehr drauf machen, aber die sieht schon ganz geil aus eigentlich. Ah, Saskia. Von wann ist das? 2,8. Hier. Tradition seit über 13 Jahren. Ich trinke das schon Ewigkeiten. Was ist das denn für ein Johnny? Ich brauche irgendwann ein Lidl-Placement ohne Spaß. Ich will auch wieder reisen. Also, das ist am Flughafen Weze. Da geht es nach London, denn da geht es zu einem Green Day-Konzert im Wembley-Stadium, wo wir extra wegen diesem Konzert hingeflogen sind, weil es am Wochenende war. Ihr seht das auch. Hier steht auch Weze. Ich freue mich so sehr, wenn wir irgendwann, wann auch immer das halt ist, wieder reisen können und dann freue ich mich auf einen richtig schönen Trip. Urlaubstrip. Und den kann ich dann wieder schön vloggen und dann auch direkt schneiden und dann am gleichen Tag hochladen. Dann würde ich daily vloggen, einfach daily hochladen und ich hätte so Bock. Au! 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 Moin, Bro! Chemnader See hier um die Ecke. Cool. Boah, das Hemd. Schick, Mann. Also, eigentlich finde ich das Bild ganz cool, muss ich sagen. Also, ich finde es eigentlich, klar, ist es natürlich alt, aber eigentlich finde ich es echt nicht schlecht geworden. Das auch mehr als die Hälfte daneben gegangen, einfach. Oh, geil, ja. Ähm, das ist die Wildwasserbahn 1 im Heidepark. Ja, Wildwasserbahn 1 im Heidepark. Mega nice. Das müsste halt eine der ersten Fahrten auch so gewesen sein. Oh, ich, oh, Heidepark ist auch so, war ich schon so oft, aber ich liebe es da einfach, weil es ist so schön und es, ich, es fühlt sich für mich immer wie nach Hause kommen an. Das klingt so blöd, aber ich war da ja schon ein paar Jahre auch nicht mehr, aber geil, ja. Ey, was fotografierst du mich beim Essen hier? Lass mich doch mal in Ruhe. Mein Gott, Paparazzi oder sowas, ne? Also, so, und das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wenn du mehr sehen möchtest, dann schreib es mir gerne in die Kommentare, denn, naja, potenziell warten dann noch so 200 Bilder auf uns. Lass es mich doch gerne wissen mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar, dann wird es da bestimmt nochmal einen dritten Part von geben. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Hau rein. Ciao. 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 Ciao.